Moin Moin Leute, was geht und herzlich willkommen zu einer neuen Video-Familie. Ja, bitte nicht wundern, meine Video-Qualität ist nicht so gut, deswegen habe ich mir Kopfhörer dran gemacht. Ich habe von einem Kollegen ein super Produkt bekommen, was ich heute einfach mal vorstellen möchte. Es ist eine unbezahlte Werbung, kostet nichts. Ich habe von meinem Kumpel das White Food bekommen in der Geschmack-Happy Banana. Ich wollte euch einfach mal erklären, was es ist, wie lange es satt hält. Also White Food ist ein Nahrungsergänzungsmittel, sind natürlich alles nur natürliche Zutaten. Auch der Zucker ist natürlich, ist jetzt nicht irgendwie extra mal was reingemacht worden, sondern es ist einfach der Zucker von diesen Bananen, die hier mit drin sind, ist halt mit Milch verdünnt. Gibt es in verschiedenen Schmackrichtungen, zum Beispiel in frische Beere, in Vanille, in Bananen habe ich jetzt zum Beispiel hier, in Schokolade und in kalten Kaffee. Es gibt noch ganz, ganz verschiedene Sorten, wie auch Kokosnuss. Wir haben heute mal das Happy Banana mitgebracht. Das White Food-Getränk hält zwischen vier und sechs Stunden satt. Also kommt halt auf diese Person, ob das ein Junge ist oder ob das ein Mann ist. Also ist eigentlich ganz egal. Vier bis sechs Stunden hält dieses White Food satt. Gibt es auch in einem Probierpark, das ist ein Karton mit fünf verschiedenen Sorten, die man je nach Lust und Neuern mal probieren kann, gucken kann, was schmeckt denn so gut, was kann ich mir denn mal öfters holen. Das habe ich jetzt einfach mal besorgt und ist nach meiner Maßen sehr, sehr lecker. Ich habe die Riegel auch schon probiert, sind auch der Birner. Bei mir hält so ein White Food drei, vier Stunden, danach kriege ich halt wieder Hunger. Also für den schnellen Durst. Oder falls man zum Beispiel nicht zu essen mit hat oder nicht zu trinken mit hat, wenn man auf meiner Lost Place Tour ist oder man ist im Camp, dann kann man das super als Ergänzung trinken. Wer auf jeden Fall mal Interesse hat, unten in der Videobeschreibung ist der Link von der Firma White Food Render, da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Im Großen und Ganzen war es das jetzt schon mal. Also es hat nur ein kleines Video, also bitte nicht wundervoll, es ist zu kurz. Ich dachte mir, ich stelle das einfach mal vor. Ich merke auch gerade so, dass ich etwas Hunger habe. Gut, dass ich das jetzt hier habe. Werde das jetzt mal probieren. Man muss es auf jeden Fall erstmal schütteln hier, weil hier unten sind nämlich Fruststücke drin. Das schüttelt man, sodass auch die Fruststücke und sowas alles auch verteilt ist. In dem White Food mit drin. Dann hat man hier oben eine Verschlusskappe, die treten wir dann mal auf. Dann hat man hier noch eine ganz ganz kleine Verschlusskappe, die macht man ab. Jetzt würde ich mal sagen, probieren wir mal das gute Zeug. Ich bin sehr zufrieden, kann ich jede nur empfehlen. Das ist mega lecker und jetzt nicht lang geschnackt. Ich probiere das jetzt mal und mal gucken, was ich dazu denn nachher zu sagen habe. Also es schmeckt auf jeden Fall, dass es nur natürlicher Zucker ist. Dass da irgendwie keine Zusatzstoffe mit drin sind. Fettgeheizt ist auch sehr, sehr wenig. Zucker, wie schon genannt, auch sehr, sehr wenig drin. Das sind halt 500 Milliliter. Das gibt es auch in Pulverform. Aber ich wollte mir jetzt einfach mal das hier mal testen und es uns einfach mal vorstellen. Also es schmeckt schon mal gut, ja. Also mein Favorit ist wirklich Banane und frische Beere. Die anderen, also zum Beispiel Schokolade mag ich nicht. Ich mag zum Beispiel auch den, diesen kalten Kaffee nicht. Der ist etwas bitter für mich. Deswegen gibt es jetzt einfach mal, jetzt ab sofort nur nach Heavy Banana, diese Getränke. Könnt ihr in jedem Supermarkt kaufen. Im Rewe, im Rossmann, im Edeka. Der Preis dafür ist 3,49 Euro. Der ist halt ein bisschen teurer. Aber kann man sich ab und zu auch mal gönnen. Also ich fuhre mir jetzt auch jede Woche immer einen Wildfood. Weil ich auch mal keine Lust habe, irgendwie zu kochen oder keine Lust habe, irgendwas zu frühstücken. Dann trinke ich das. Das hält mich wirklich sehr, sehr satt. Von den Regeln gibt es auch zwei Sorten. Das könnt ihr alles auf jeden Fall auf der Homepage sehen von Wildfood. Ist auf jeden Fall jedem zu empfehlen. Und auch in Instagram, falls ihr mir dann nicht bei Instagram folgt, der Link ist unten drinne von mir. Und auch hier im Bildschirm oder da im Bildschirm. Könnt ihr mir gerne auch mal folgen, wenn ihr Lust habt. Und sowas nehme ich auch gerne mit ins Camp oder mit ins Lost Place. Wenn ich auf Tour gehe. Oder ich bin den ganzen Tag mal draußen und habe halt nichts dabei. Dann trinke ich das. Das ist sehr, sehr gut. Sowas trinken auch die YouTuber zum Beispiel. Und einfach auch sehr, sehr lecker. Also ich würde sagen, wenn ich das Video gefallen habe, lasse ein Abo da. Aktiviert die Glocke, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Ja, und ich würde sagen, dann bis zum nächsten Mal. Haut rein.